Servus und herzlich willkommen zu einem kleinen Video. Das erste Video nach meinem grandiosen Skilager. Heute werden wir mal schauen, wie zum Beispiel Julian Bam. Mit, warte mal, so, ja, das ist, das ist Julian Bam. Und da sind keine Augen, die Augen sind da und da, klein zu finden. Kleiner Spaß. Und das ist sein Kind, ja. Und wen nehmen wir noch? Wir nehmen Baby's Beauty Palace. Die Hautfarbe ist natürlich komplett gleich, fast. So, die zwei Augen und der Mund und das Kinn. Funktioniert das, wenn das schräg ist? Und jetzt drücken wir aufs Web und... Das, das ist Kunst. Das ist Kunst. Danke. Ich will das nicht mehr sehen. Mach das weg. Wir sollten vielleicht ein Bild nehmen, das nicht unbedingt schief ist. Ja, nehmen wir Julienko und Julian Bam. Ja, hier, Julienko, die Augen sind da. Man muss schon sagen, dieses Programm ist höchst weiterentwickelt, dass es nicht einmal die Augen erkennt. Das muss man schon sagen. Super. Okay, und jetzt nehmen wir noch Julien Bam. Der hat sein Gesicht auch so ein ganz kleines bisschen schräg. So. Und da ist ein Auge, da ist ein Auge, da ist ein Mund und fertig. So, und jetzt Swap und... Julienko. Das sieht einfach geil aus. Das sieht einfach ultra geil aus. Ich will es mir speichern, ja. Ja, speichere das. Ah, das... Ja. So macht das Leben Spaß. Das ist ultra geil. Okay, ähm... Wir nehmen noch... Äh, Dagi. Ja, nehmen wir Dagi. Und alle sagen ja immer, dass Dagi und Bibi so gleich aussehen. Nein. Nein, sehen Sie nicht. Aber okay. Wir werden das jetzt mal testen. Wir nehmen hier Dagi. Und Gallery. Und Bibi. So, das ist Bibi. Ja. Das ist Bibi. Die hat wieder hier ihr Auge und hier auch. Und hier hat sie den Mund und hier hat sie ein Skin. Und ja. Swap und... Als ob. Diger Bibi. Sieht ultra krass aus. Das sieht halt wirklich aus. Also, das sieht echt komisch aus. Aber es sieht halt wirklich aus, als wäre das die gleiche Person irgendwie. Also das sieht krass aus, das Rechte. Safe. Das ist krass. Dann wieder löschen. Und wen könnten wir denn noch nehmen? Galerie. Und dann nehmen wir mal... Julienko... Hier. Ja. Julienko kann sich das Ding nicht einfach merken, wo die Augen sind. Ich habe es dir doch gerade schon gesagt. Es ist ein sehr schlaues Programm. Und seine Ehefrau Bibi's Beauty Palace. Ja. Dieses Bild ist vielleicht schon etwas alt. Ja. Das gebe ich zu. So. Ich will gleich noch was ausprobieren. Was passiert, wenn wir das jetzt komplett falsch machen? So die Augen zu... Na... Ja. Warum nicht? Das ist doch... Ja. Ja. Toll. Danke für dieses geile Ladezeug. Okay. Jetzt probieren wir mal nochmal... Keine Ahnung... Oh, Katja Krasowitsch haben wir noch gar nie gehabt, oder? Katja Krasowitsch könnte so ziemlich die gleiche Hautfarbe haben wie Dagi, oder? Also so ein bisschen. Ich kann nicht weiter runter. Okay. Und dann machen wir jetzt noch... Oder? Dagi? So ein kleines bisschen? Oder nicht? Also... Komm mir so ein bisschen so vor. Probieren wir das noch nochmal. So. Und hier. Und hier. Und hier. Und hier. Und Swap. Und? Nein. Nein. Einfach nur nein. 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 Das ist nein. Nein, das werde ich mir auch nicht speichern. Das ist einfach nur hässlich. Dieses Programm beherrscht sehr fortgeschrittene... Nein. Nein. Okay. Nehmen wir einfach Bibi nochmal. So. Und ihre Auge. So. Hier ihr Auge. Das andere. Da ist der Mund. Und da ist das Kinn. Genau so. Und dann nehmen wir... Ja. Keine Ahnung. Nochmal Katja Krasowitsch. Und ihre Augen sind da unten. Ihr Mund da oben. Und ihr Kinn da. Swap. Ja. Also. Also das ist jetzt. Danke. Jetzt bin ich verstört. Hilfe. Was haben wir denn noch nicht ausgetestet? Übrigens. Das Bild hier unten. Könnt ihr auf Instagram abchecken. Ich heiß da genau wie auf YouTube. Filiaba. Ja. Checkt mal aus. Das ist... Bitte. Bitte folgt mir. Ja. Hab da 50.000 Billiarden Abonnenten. Ja. Dann probieren wir nochmal Julienko. Aber jetzt mal richtig. Wenn wir es nur so ein bisschen verschieben. So ein bisschen. So. So. Ja. 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 Das passt. Und. Dann nehmen wir... Da da. Wunderhübsch. Wirklich wunderhübsch. Und hier auch so ein bisschen nur. Ungefährs. Wird schon passen. Ja. Warte mal. Warte mal. Ich hab... Ich hab grad ne ultra krasse Idee. Alles raus. Und dann mach ich einfach so. Babys Beauty Palace. So. Und ihre Augen sind da. Mund ist da. Und Kinn ist da. Ja. Jetzt hab ich nämlich so das ganze... So das ganze Bild eigentlich. Und Julien Bäm. Julien Bäm. So. Da. Genau so. Und jetzt Web. Danke. Danke dafür. Danke. Einmal nur Danke. Was haben wir denn noch nicht? Ähm. Wir nehmen einfach Dagi. Ja. So. Und Katja hatten wir glaube ich schon. Dann nehmen wir noch... Und Julien Bäm. Traumspaar. Komm. Irgendwas muss gut sein. Außer halt Ding. Ja. Katja und... Junge. Dagi. Dagi sieht einfach ultra geil aus mit Bart. Lass dir ein Bart wachsen. Dagi. Mach's. Mach das. Es tut dir gut. Bitte. Nein. Ich bin jetzt genug gestört. Mach das bitte hier raus. Ich würde sagen, es war's mit dem Video. Ähm. Das ist Samples. Samples. Hm. Mach die da. Und... Katja. Das will ich jetzt noch sehen. Ja. Katja. Auge da. Auge da. Mund da. Und Kinn da. So. Und Swap. Und... Nein. Du hast es. Bitte geh weg. Aber das... Das will ich... Das will ich speichern. Das... Das will ich speichern. Das ist geil. Äh. Aber... Ja. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Schaut auf jeden Fall in der Videobeschreibung vorbei. Da sind... ...Sachen verlinkt. Glaube ich. Hoffe ich. Vielleicht. Ja. Ja. Oder. Ja. Ähm. Und so würde ich sagen, liken und abonnieren nicht vergessen. Wir haben schon 39 Abonnenten. Schaffen wir dieses Jahr noch 50. Hoffentlich. Ähm. Und so würde ich sagen, das war's mit dem Video. Schaut auf jeden Fall in dem Video. Tschüß. Ciao. Tschüüu.